mit sehr guter Präsentation und sehr guter Schrittweite. Neben den allgemeinen atomischen Regeln war es mir wichtig, dass wir nun eine Selbstbewusste in den Zeiten, dass wir natürlich einen Vorgangsfall haben. Und ich habe ganz speziell auf gute Verordnungen ausdrucksvolle Töpfe gebracht, bis sie gedacht haben, sie haben kein Problem. Wir haben viele Dinge, die über den Shop etwas ausgedrehter sein sollten und deren Töpfe-Operationen ebenfalls noch etwas verhinder sein sollten. Also bitte achten Sie hier drauf nach dem Motto, jeder will einfach. Eine ganz besondere Meinung geht den vielen Süßballer Bausteller, die mir über das ganze Jahr nachgereist sind, die wir nun präsentiert haben. Und ganz besonders an die WSV-Länder. Es war keine Seltenheit, dass die Leute 1-2.000 Kilometer einfacher Strecke angereist sind, um für eine Minute zu präsentieren. Ganz besondere Dank während des ganzen Jahres. Ich denke, wir haben alle zusammen mit dem Ausstück und Süchter einen sehr guten Umgang gepflegt. Und er hat sich bis zum heutigen Tag gehalten. Und dafür mein Tasten überlassen.